So, damit wird ADKFS Einbruch. Willkommen. Schauen wir mal, wir müssen, ja, tu dir mal teleportieren, hast du ja recht. Schauen wir mal, wo wir genau jetzt hin müssen. So, einmal zur Forschung, okay, da müssen wir dann halt, willkommen am besten, ja, 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 da hätte ich gesagt, komm zu dem Bereich. Schauen wir mal, ob es da weiter geht oder ob wir dann nicht doch vielleicht noch einen anderen Weg finden müssen, aber mal schauen, mal schauen. Bin schon wieder gespannt, bin sowieso gespannt auf den Bruder. Also das, wir haben ihn ja schon mal getroffen, dies, das, ihn ist aber, alter, der extra schiebt so, aber, ui, ui, ui. Ja, gut, jetzt hat er uns jetzt schon quasi so ein bisschen hin und her geleitet. Bin gespannt, bin wirklich gespannt wegen dem Bruder. So, ist jetzt nur eine gute Frage, wir müssen in die, vielleicht ganz nach oben, kann ich, ja, wir schweben, wir wollen. Wir müssen definitiv mal schauen, dass wir da irgendwie, okay, ich glaube, wir sind, na, wir sind eh noch nicht ganz weit. So, wenn wir uns jetzt gerade nicht gesehen haben, weil das so ist. So, na, da können wir eh nicht weiter auf, oder? Können schon. Na, wohert? Jetzt schwimmen wir mal da so entlang? So. Oh, fuck. Der, du, xo, oder? Dann haben wir da nicht noch irgendwie was? Ach, du, scheiße. Oh, fuck. Oh, holy moly. Alter, gib ihm irgendwas, irgendwas, damit wir eh stoppen können. Oh, fuck. Alter, jetzt wird's aber schon ein bisschen zu heftig hier. Oh, fuck. Also, meiner Meinung nach, das ist jetzt eine sehr heftige Geschichte. Bist du teppert? Wo ist denn da noch ein Wichser? Da unten sind noch ein paar. Ach, du scheiße. Ja, klar. Kumpf, ja. Ist ja nicht so, wie wir die überhaupt keine Probleme gegen euch. Wo? Das? Der ist ja wirklich knapp. Bistnavisch. Alter, gegen den Übergegen. Du teppert. Pff. Boah. Also. Pff. Ho, 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 ho. Ja, das hat ein gewisser Schwich jetzt gerade, ja. Bist du nagig? Alter. Oh, ne, tschuldigung, war einer. Von dem Wichser, Alter. Oh, ho, 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 shit, tropfen. Das muss man jetzt sagen, du. Kleine Missgeburt, du. So. Welche Richtung jetzt? Achso, sorry. Ich glaube, das ist sie jetzt. Ja, 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 schade schon. Ist du danach raus? Ich frage mich zwar, ob ich da hätte reingehen müssen oder sonst was. Ja, wir kommen durch. Na, schau. Okay, aber alles in der Feld. Wow. What the fuck? Alter, das... Das erinnert mich aber auch sehr stark ans Hotel, so ein bisschen. So Hotel-Flair hat das jetzt da gerade. Alter Schwede. Okay. Pff. Oh, ha. Warte, 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 schau mir da nur halt kurz um. Okay, wir werden definitiv schon mal geleitet. Wir gehen mal noch. Okay. Okay, das ist... Nicht schlecht. Nette Musik jedenfalls. Ja, nette Musik. Ich glaube, ich glaube, es gibt auch noch ein anderes Wege. Ja, schau. Es gibt auch noch ein anderes Wege. Jedes Mal wird wahrscheinlich auch nichts geöffnet, nehme ich mir ja. Ah, das ist noch ein anderes Wege. Okay. Ach, du Scheiße. Okay, ja, dann einmal so, einmal so, einmal so. What the fuck? Oh, okay, aber die Wand kann ich ja nicht einmal so berühren, dass hier das jetzt da... Dass ich da einmal was Neues öffnen, weißt du, was ich meine? Können die Bilder vielleicht helfen? Ich fahr ja nur, weil... Ich meine ja nur irgendwie... Vielleicht können ja die Bilder helfen, weißt du? Ah, vielleicht muss ich mich beeilen. Das kann möglich sein, vielleicht muss ich da den Schnellmodus da aktivieren, quasi. Ich probiere es jetzt einmal ganz kurz. Ja, wenn ich wüsste, wenn ich mir mal was zugehe. Hm. Na, Alter. Alter, scheiß die Wand, Alter. Du spielst dich ja dumm und deppert da. Na, ist halt nicht so da noch raus. Dass man sowas machen könnte, quasi. Na, 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 na. Kann ich nicht hin? Aber normalerweise wäre ich durch. Das ärgert mich jetzt auch. Jetzt macht er wahrscheinlich eh wieder dreimal den gleichen Weg auf. Ja, genau. Kann schon wieder dreimal mit der Rucks gehen. So, und dann noch mal. Damit ich den Weg freikriege. Oh, da bin ich aber auch zuha. Hm. 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 Ach, das ärgert mich. Es gibt's denn, Alter, Alter. Wie komm ich durch? Wie komm ich da durch? Na, durch komm ich eh nicht. Durch komm durch sowieso nicht. Aber holy moly. Nee, das ist. Okay. Ja, das war zwar jetzt eine richtig dumme Überlegung. Aber. Ja, weil du einfach da kommst. Ja, schwebst du vielleicht einmal ein bisschen. So in etwa. Okay. 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 Ab dem Bereich und da. Könnt' ich's. Könnt' ich's vielleicht. Schaff. Vielleicht. Vielleicht. Aber das ist ja auch noch wieder so eine Fähigkeit, die was eigentlich. Ähm. Eine Nebenaufgabe war. Da muss es irgendetwas anderes geben. Irgendetwas Einfacheres. Das tut mir leid. Was ist das? Was plötzlich ist da dann wieder getroffen, aber man kann dorthin gehen. Na, geht hier nix. Hätte es sein können. Das fällt der Berufssudio auseinander. Jetzt muss das geöffnet werden. Ja... Ist das unfair? Okay, da ist noch nix offen. Da ist das wahrscheinlich wieder... Ja, ist schon wieder hinterher zugemacht worden. Hm. Das ist ja nicht normal. Das ist mein Ticket weiter. Wieso geht es da nicht weiter? Was mache ich falsch? Gibt es da nicht? Oh, wie ist es jetzt einfach mit zu schweben oder irgendwas? Wenn wir das... Einmal probiere ich es doch. Weil dann bin ich da jetzt... Das ärgert. Das ärgert voll an. Muss nicht sein. Ganz ehrlich. Das ärgert. Und wenn ich schneller bin als mit des, was das halt... Naja... Ja... Könnt... Könnte gehen, wenn wir schneller sind. Aber... Ich weiß es nicht. Naja... Du bist trotzdem viel zu langsam. Ich weiß es nicht. Irgendwas passt da nicht. ACH! Wenn... Wenn ihr uns wenigstens helfen könnt. Weißt du was ich meine? So ein bisschen... Schon nicht schlecht. Eieieiei. Eieiei. Eieiei.